Amtstag Nachmittag, zweiter Fußball-Rundesliga, 20. Spieltag, naja, wir etwas lausig im Fußballwetter. Wir kommen im Wimperkstadion, so war die inzwischen unserem KSC Fortuna Düsseldorf. Und wir begrüßen auf dem Rasen unserer Mannschaft die Blau-Weißen-Sammel. Auf geht's mit Wimperkstadion! Wir kommen im Wimperkstadion, hier ist der KSC Fortuna Düsseldorf. Wir sind hier, heute. Die Mannschaft für Wimperkstadion, 28. Spieltag, auf geht's mit Wimperkstadion. Hier ist der KSC. Hey! 1895! Hey! Hey! 1895! Hey! 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 Fortuna! 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 Ein Wort. Und nicht zu schlagen! Olle, olé, 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 olé. Olle, olé, 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 olé. Die Frau ist mein Freund, ein Herz verschickt, grüßt den Kopf vorbei. Dann kannst du jeden in Deutschland fragen, F95 ist einfach nicht zu schlagen. Olle, olé, 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 olé.